Ich hasse diese Sterne, ich hasse sie alle! So, da haben wir noch ein bisschen. Nein, denke ich nicht. Ist egal. Ist eh alles vorbei. War ich doch nicht schon in den Stacheln? Egal, ich schaff's eh nicht mehr. In der beschissene Dreckszeit schon wieder. Nein, geht doch... Es geht doch doch... Ja, egal. Ach, ich hasse es. Plett scheiße. Ja, danke, Spiel. Komm. Was? Geometristash? Was will jeder verdammte Pisser mit Geometristash? Natürlich ist das nicht Geometristash. Steht schon im Titel. Ah, f*** dich. 17, 18. Das war mein alter Rekord. Anders. Da brauch ich jetzt einen Zettel dafür hin. So, die Zettel? Wo kommen die ganzen Zettel her? Warum hab ich diese viele Zettel? Wo kommen die alle her? Die sind doch da eigentlich hingelegt. Ach, nütze. Was zur Hölle? Ich glaube, die sind in dem Zettel liegen. Wo soll es der Zettel, den ich suche? Das ist er doch. Was? Hatte ich nicht beim letzten Mal 17,24? Ach, was weiß ich. Könnte ich mal einen Aufschreiben. Ich habe hier noch 18,26 stehen. Das stimmt auf jeden Fall nicht. Geil. Wieder nichts geworden. Ich sage ja Scheiße. Scheiße. Egal, ich muss jetzt mal aufs Klo. Jetzt pisse ich mich ein. Dann mache ich vielleicht noch einen Rand. Mal gucken. Ich muss jetzt mal aufs Klo. Geil. Dann mache ich noch aufs Klo. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah. Nein! Ah, krieg ich doch. Ja, das wird wieder ein nächsterer Umwelt. Scheiße, schon wieder. Na, die ist wirklich so. Ja, super, was ist das für eine Aussage? Ganz am Schlusszeit machen ist aber noch ein beschissensten, weil du musst dann halt... ...wider wirst dahin immer kommen. Verstehst du die meine? Ich glaube, wenn man einmal hier einen Städte einpissen kann, dann würde ich mir Zeit sparen, um aufs Klo zu gehen. Und wieder Sekunden weggeworfen. Geil. Nein, das geht nicht. Nein, warte. Was? Ob? Ich bin doch schon an der Kante. Was ist dein Problemspiel? Warum lässt du mich da einfach raus? Es funktioniert doch... Da, jetzt funktioniert es wieder. Ach, wirklich doch. Ja, geil. Das war's schon wieder. Ob ich so viel Zeit gut machen könnte. Nein! Wieso muss ich denn da runter? Nein! Na ja, komm. Vergiss es, es wird nix. Fick dich doch. Wie viel Zeit kann ich jetzt nicht mehr gut machen? Geil. Nein! Ach, komm. Fick dich doch einfach mal. Fick dich doch einfach mal. Fick dich doch einfach mal. Ganz vergessen. Das ist komplett scheiße alles. Scheiße, super. Die beschissensten Stellen kommen ja erst noch. Ich habe jetzt schon komplett alles weggeworfen. Geil. Ja, geil. Ja, klar. Ich kann schon mal noch Zeit gut machen. Ja, so. Ja, vielleicht zuvor war doch auch scheiße. Ah, jetzt kommen noch die schlimmsten Stellen. Ja, geil. Ja, geil. Hm. Hm. Ja, ja. Ja, ja. Was ohnehin du mir sagst. Ich habe das nächste China. Nein! Ach, komm schon. Junge! Nein! Fick dich doch! Pfff. Ich verstehe, ich hasse sie so sehr. Sie ist so scheiße schwer. Ich ziehe sie nie hin. Na Gott, doch diese lange Dinge, dass ich auch nicht hinbekomme. Und dann kommt immer noch der Gravit- Oh, der Gravit- Ich hasse sie so sehr. Ich hasse sie so sehr. Ja, plus 12 Sekunden. Komm, vergiss es doch. Pfff. Das wird höchstens noch eine 18er Zeit. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Checkpoints mitnehmen. Den brauchen wir nicht. Immer auf den nächsten. Das ist genauso gut. Moment, wo kommt der lecker Checkpoint? Hier kommt der. Nein, nein, das war zu früh. Oh, fuck. Das war viel zu früh. Ja, geil. Noch mal paar Sekunden weggeworfen, weil... Maximal unfähig. Langsam. Langsam. Einfach zu langsam. Schreibt man das Pigeon sehr gut. Der hat's versucht, aber einfach zu langsam. Hat versagt wie im Leben halt. Aber sollte das Spiel anders sein als im Leben? Da muss ich auch immer versagen und nichts verringen.